Hallo zusammen, mein Name ist Ali Malocci, ich bin EU-Jugendbotschafter, Gründer von WatcherDo, arbeite aktuell beim Zukunftsinstitut als Trendforscher und auch in der Akademie für Potenzialeinfaltung. Nur darum geht es nicht, sondern es gibt den neuesten Film von Erwin Wagenhofer. Ich hatte das Vergnügen, mir letzte Woche den Film schon ansehen zu dürfen. Und der neue Film von Erwin Wagenhofer namens So But Beautiful, ist ein Film, der, glaube ich, zeitgemäßer nicht sein könnte. Wir leben aktuell in einer Welt, wo wir zwar den besten Wohlstand aller Zeiten haben, aber merken, dass wir auf menschlicher Seite nicht wirklich eine Evolution fortgesetzt haben. Wir haben immer noch die Klimakrise, die immer größer wird. Wir haben die Schere zwischen Arm und Reich. Die Gleichberechtigung der Frauen ist teilweise echt noch eine Katastrophe, wie wir sie leben. Und dieser Film zeigt wunderbar die ganzen Verbindungen zwischen all diesen Bereichen. Er zeigt, dass wir die Dinge in dieser Welt nicht mehr einzeln betrachten dürfen, separat und für sich abgeschottet in einem Silo, sondern dass die Zukunft der Welt darin liegt, zu verstehen, dass alles in Beziehung hängt. Und wer seinen Film Alphabet kennt, der weiß, dass er jetzt nicht mit dem erhobenen Zeigefinger immer die Dinge zeigt, sondern aus einer Art und Weise, wo wir merken, dass die Lösungsansätze viel tiefer liegen und viel menschlicher sind, als wir es vielleicht heute tun, in der Politik oder sonst auch in der Wirtschaftswelt. Für alle, die in der Wirtschaftswelt tätig sind oder Unternehmer sind oder Gründer sind, in dieser Welt etwas verändern wollen, für euch alle ist dieser Film. Nehmt euch die Zeit, geht ins Kino, lehnt euch zurück und lasst euch nicht nur inspirieren, sondern auch ein bisschen vielleicht aufwecken, was es denn wirklich ist, was wir heute benötigen. Der Film schlägt eine große Brücke von Veränderungen, die in Österreich stattfinden, bis über Spanien, bis in die große, weite Welt und zeigt auf, dass die Lösungen für diese Welt, die liegen nicht nur im Technologischen, sondern es liegt darin, wie wir die bestehenden Dinge kombinieren und vor allem, wie sehr wir Menschen etwas zutrauen, aber auch wieder uns selber Vertrauen auf unsere Sinne zu setzen, wieder ins Menschliche hineinzugehen, zu verstehen, dass wir mit anderen Menschen in Beziehung gehen müssen, in Resonanz. Und ich kann sagen, wie ich es am Anfang gesagt habe, der Film könnte zeitgemäßer nicht sein. Er ist nicht nur ein Weckruf, sondern eher auch eine Erinnerung an Dinge, die wir alle vergessen haben. Und ich werde mir den Film sicher nochmal anschauen, wenn er jetzt demnächst offiziell rauskommt. Und das wünsche ich euch allen auch. Das ist sehr gut investiertes Geld. Das heißt, das nächste Mal, bevor ihr wieder auf ein Bier geht oder zur nächsten Party, nehmt vielleicht die 10 Euro oder was das kostet, geht ins Kino, nehmt Menschen mit, die diese Welt verändern wollen und genießt den Film von Erwin Wagenhofer. Ich habe es genossen und ihr wahrscheinlich auch.